Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe vor ein paar meiner Bonsai umzutopfen und diesmal sind vertreten eine Zuckerhutfichte, eine Zwergsilberzypresse und ein Oleander. Den Anfang wird die Zuckerhutfichte machen. Bevor ich jetzt meine Zuckerhutfichte aus der Schale hinausnehme, werde ich erst einmal an der Oberfläche die ganzen Unkräuter entfernen. Ja und die Zuckerhutfichte ist im Februar 2021 entstanden. Die hat ja auch ein Entstehungsvideo. So ist jetzt noch mehr Unkraut. Ja da war jetzt ein bisschen Moos. Sollte man auch immer ja vorab schon mal machen, das Unkraut entfernen, sonst hat man das nachher wieder in dem Substrat mit drin. Wenn da ein bisschen jetzt was zurück bleibt an Unkräutern, ist jetzt auch nicht so tragisch, aber das was man jetzt schon mal erkennen kann, kann man jetzt besser schon mal im Vorfeld entfernen. So das kommt aber jetzt mal auf den Boden, weil ich werde jetzt nicht gleich das gesamte Substrat einfach mal entsorgen. Das wird gemischt werden mit neuem Substrat. Für die Zuckerhutfichte hatte ich jetzt auch ein Substrat extra für Nadelgehölze verwendet. Ui, und die steht jetzt in einer sogenannten Erdkuning Schale. Aber ich wollte jetzt unbedingt mal sehen, wie die sich entwickelt hat. Und bei den Substratmischungen für die Nadelgehölze ist es auch wichtig, dass das ein durchlässiges Substrat ist. Die können das nicht so gut haben, wenn die permanent in einem viel zu nassen Substrat stehen. Weil dann können sie euch auch relativ schnell mal vergammeln. So, die hat aber eine Menge neue Wurzeln gebildet. Eigentlich hätte ich sie auch gar nicht umtopfen brauchen. Ich hatte vorhin einmal so testweise ein bisschen dran gezogen und da hatte ich so den Eindruck, die muss umgetopft werden. Aber hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht machen brauchen. Aber jetzt gucke ich mir die trotzdem mal ein bisschen genauer an. Ich werde jetzt hier die Wurzeln mal auseinander nehmen, aber ich glaube ich wechsle mal die Perspektive für euch. Ich bin jetzt dabei den Wurzelbereich ja so weit es geht von dem Substrat zu befreien. Und dann gucke ich jetzt gleich mal, ob ich auch ein Teil der Wurzeln schon schneiden kann. Aber ich denke da sind jetzt auch ein paar Wurzeln, die eindeutig zu lang geworden sind. Ja, alle Wurzeln, die jetzt so extrem nach unten hängen, die werde ich jetzt gleich abschneiden. Und ich versuche auch meine Nadelgehölze immer vor dem April umzutopfen. Ich wollte schon umtauschen sagen. Es ist dann immer besser für die Nadelgehölze. Kommt aber auch manchmal vor, dass die bei mir erst Ende April umgetopft werden. Das hat auch immer was mit Zeit zu tun. Und dann werde ich jetzt hier mal die Wurzeln so ein bisschen schneiden. Aber wirklich nur ein bisschen jetzt bei der Zuckerhutfichte, weil so viel ist da jetzt nicht zu machen. Und dann kann ich die eigentlich schon wieder direkt eintopfen. Mal gucken, ob hier irgendwelche dicken Wurzeln sind. Weil ich möchte auf Dauer gesehen ganz ganz viele feine Verzweigungen haben bei den Wurzeln. Ich will jetzt nicht so richtig dicke Wurzeln auf Dauer haben, sondern die soll, wie gesagt, ganz viele feine Verzweigungen bekommen, die Zuckerhutfichte. Aber die hat sich ganz gut entwickelt, meiner Meinung nach. So, die Wurzeln nehme ich jetzt hier mal aus dem Substrat weg. Und ich habe es ja schon erwähnt, die hat eine Substratmischung extra für Nadelgehölze. Und hier habe ich eine ganz dicke Wurzel gefunden. Nehmen wir das mal vorsichtig hin. Die können wir auch kappen. Aber erfreulicherweise sind schon mal keine Wurzeln irgendwie am vergammeln, dass die jetzt in der Überwinterung, sage ich jetzt mal, zu nass stand. Und dann schaue ich mir jetzt hier nochmal den Stammbereich an. Ich finde das ja immer toll, wenn man den Wurzelansatz bei den Pflanzen sieht. Aber dafür ist die jetzt einfach noch zu jung, die Pflanze. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Und die kommt jetzt auch wieder in ihre Erdponingschale hinein. Das ist immer ganz praktisch, diese Erdponingschalen, wenn man so größere Bonsai hat. Ich glaube, ich mache jetzt auch gar kein neues Substrat da mit hinein. Das wäre jetzt eigentlich Quatsch. Ich muss aber hier mal eben was hinausnehmen. Ne, eine Wurzel. Ne, ich lasse das jetzt einfach so, wie es war. Die wird jetzt auch nicht tiefer gesetzt werden, als sie zuvor stand. Und hier haben wir noch eine dicke Wurzel. Nehmen wir jetzt auch mal weg. Wenn das jetzt bei euch schon zu warm sein sollte, achtet darauf, dass euch die Wurzeln nicht vertrocknen. Dann können die Pflanzen auch Schaden nehmen. In meinem Fall ist das jetzt noch relativ kalt hier in der Werkstatt. Aber immer daran denken, die Wurzeln sollen nicht austrocknen bei Umtopfaktionen. Ne, mehr kann ich da jetzt gar nicht machen. Und jetzt werde ich mit meiner Wurzelkralle das Substrat einarbeiten, damit da an den Wurzeln keine Hohlräume sind. Also, dass das Substrat wirklich überall ordentlich an den Wurzeln verteilt ist. Weil das mögen die Pflanzen nicht, wenn da so hohen Räume an den Wurzeln sind. Gedüngt hatte ich meine Zuckerhutfichte mit einem Universaldünger. Und ich werde ab April auch wieder mit der Düngung anfangen. Das Einzige, was ich bei ihr jetzt noch machen werde, ich werde hier mal den Draht kontrollieren. Und den Draht werde ich jetzt auch mal teilweise entfernen. Und dann wird der Draht ordentlich beiseite geräumt werden. Der Draht muss man nicht immer gleich entsorgen. Jetzt ziehen wir dich mal wieder so einigermaßen gerade. Dann kommst du erstmal da hin. Ja und beim Draht entfernen solltet ihr auch immer vorsichtig arbeiten, weil dabei können auch gut und gerne mal ein paar Äste abbrechen. Ich glaube, diesen dicken hier, den kann ich jetzt auch entfernen. Und wer jetzt kein Harz an den Händen haben möchte, der sollte bei der Zockerhutfichte Handschuhe tragen. Mich stört das jetzt nicht, weil diesen Harz kann man super mit, jetzt kommt es, mit Butter oder halt mit Olivenöl entfernen. Dann einfach die Hände damit einreiben und dann abwaschen. So, jetzt habe ich aber hier irgendwas über Kreuz. Muss ich eigentlich noch dran lassen. Mal gucken. Na ja, da hatte ich einen so einen dünneren Draht, den hatte ich da natürlich drüber gewickelt. Das war jetzt eine super Idee. Ich glaube, der hier muss nämlich noch dran bleiben. Die halten noch nicht so ganz die Form. Äh, ja gut, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, aber jetzt kann dieser dicke Draht schon mal nicht mehr in die ganze einwachsen oder in die Rinde einwachsen. Jetzt überprüfe ich hier mal die feineren Drähte. Die können nämlich auch ganz schnell mal so Abdrücke hinterlassen, aber ansonsten sieht das alles schon mal so weit so gut aus. Hier habe ich so eine Stelle, da sollte ich den wirklich mal lösen. Der ist zu nah. Ich glaube, der ist auch minimal eingewachsen. Ja, das kann halt mal passieren. Ich bin ja auch noch Anfänger, was die Bonsai angeht. Die muss ich jetzt lösen. Oder man schneidet den Draht einfach auf. Das kann man auch machen. Will ich jetzt aber nicht machen, weil ich hebe den wirklich so lange auf, bis ich den nicht mehr verwenden kann. Ich hatte jetzt noch Glück gehabt, der Draht war doch nicht eingewachsen. So, und jetzt wird meine Zuckerhutfichte schon mal etwas angegossen. Die war nämlich schon wieder relativ trocken geworden. Bevorzugt, gieße ich meine Bonsai immer mit Regenwasser, es sei denn meine Regentonne ist jetzt wirklich leer. Dann gieße ich sie auch mal mit Kragenberger und die stellen wir jetzt erstmal hier hin. Dann kommt jetzt mal die, ich wollte schon Zuckerhutfichte sagen, die, nein nicht Lerche, meine Güte, Zwergsilberzypresse dran. Das kann hier schon mal eigentlich, ja was heißt entsorgt werden, kommt jetzt oben drauf. Die Unkräuter habe ich jetzt einfach entsorgt vorhin. Die sind da jetzt nicht mehr vorhanden. Und dann kommt jetzt die Zypresse dran. Meine Zypresse stammt aus 2020 und die hat eine Substratmischung aus Kokoserde und Blähton. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte ich damals zwei Teile Kokoserde und ein Teil Blähton verwendet. Unkräuter muss ich jetzt bei der hier nicht entfernen, da sind Gott sei Dank keine vorhanden. Und dann nehme ich jetzt hier mal aus dem Topf hinaus. Die soll nämlich jetzt in eine richtige Bonsai Schale kommen, weil so gefällt mir das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hätte die jetzt in dem Topf auch noch drinnen lassen können, aber wie gesagt, die soll jetzt in eine Bonsai Schale kommen. Wurzeln sehen aber auch schon mal gut aus. Ich schucke das jetzt hier einfach mal ab. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man halt Blähton und Kokoserde verwendet oder halt allgemein relativ viel Blähton mit da drin hat, dann kann man dazu richtig schön abschuckeln. Ist dann einfacher, als wenn die Bonsai Erde, ja ich sag mal zu fest ist. Oder wenn die Bonsai Erde zu matschig ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders erklären soll. Hier hat sie auch neue Wurzeln reichlich gebildet. Mal eben gucken. Ja, die Wurzeln fühlen sich auch noch okay an. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas abzupfen muss. Hier sind ein paar Wurzeln vergammelt. Das kommt auch mal vor bei den Nadelgehölzen. So ist es nicht. Wenn wir unten drunter gucken. Aber sie hat auch reichlich neue Wurzeln gebildet. Mache ich aber jetzt per Hand. Muss ich jetzt nicht mit der Schere machen. Richtig schöne Pflanze. Also auf Dauer gesehen wird das mal eine tolle Pflanze. Aber ich bin am überlegen, ob ich die Substratmischung ein bisschen anpasse. Ob ich da jetzt auch etwas Substrat für Nadelgehölze hinzunehmen. Das ist das hier. Nochmal eben gucken. Ja, war für die Nadelgehölze. Muss ich mal eben selber drüber nachdenken. Und jetzt werde ich auch ein paar Wurzeln wieder kürzen. Ja, alles was jetzt hier so hinabhängt. Die Schere hatte ich zuvor gereinigt. Nicht, dass ich eventuelle Krankheiten auf die anderen Pflanzen dann nachher übertrage. Weil der Oleander wird ja auch noch geschnitten werden. Wie gesagt, ich nehme hier nur diese Wurzeln weg, die jetzt zu lange hier nach unten hinweghängen. Und die Wurzelmasse, die sollte immer zur Proportion der, ja wie sagt es der, wie sagt es, wie sagt man, der Blattmasse passen. Also, dass das immer hier, ja ich sag mal harmonisch ist. Die Wurzelmasse passend zu dem oberen Teil der Pflanze. Nicht, dass ihr dann weniger Wurzeln habt und hier oben Gott weiß wie viel Masse an Grün. Weil dann passt das nicht. Dann wird die Pflanze eingehen. Wenn weniger Wurzeln vorhanden sind als hier oben im oberen Bereich. Ja, wie soll ich jetzt sagen? An Grün. Ich sag's jetzt mal einfach ganz einfach. So, jetzt muss ich mal eben überlegen, welche Bonsaischalen ich nehme. Weil da gehen die Meinungen auch total auseinander. Ich versuche das immer, ja harmonisch hinzubekommen mit den Bonsaischalen. Aber ich kann jetzt auch nicht andauernd neue Bonsaischalen kaufen. Bei den Nadelgehölzen bevorzuge ich matte Bonsaischalen, also die unlasiert sind. Man kann aber auch lasierte nehmen. Letzten Endes macht einfach das, was euch gefällt. Und ich versuche immer danach zu gehen, ja, dass das zum Beispiel passend ist zur Rinde oder zur Blattfarbe. Danach gehe ich dann immer. Und dann gibt's auch Bäume, die sehen halt ein bisschen filigraner aus. Dann gibt's Bäume, die sehen so ein bisschen rustikaler wieder aus. Jetzt bin ich am überlegen, ob die Schale ein bisschen zu klein ist. Wobei, der soll ja klein bleiben. Der soll ja kein Riesenbonsa mal werden. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen was bei den Wurzeln abschneiden. Den muss man eben selber nachdenken. Die Wurzeln, die jetzt hier oben so hinausschauen, die nehme ich jetzt mal weg. Das wird mir sonst optisch nicht so gut gefallen. Zack. Mal gucken, die kann dranbleiben. Die könnte mal so ein bisschen justieren. Mal schauen, nehme ich jetzt die Schale oder nehme ich die nicht? Nee, eigentlich ist das aber okay. Doch, ist okay. So, ich wollte dir aber jetzt auch ein bisschen frisches Substrat geben. Muss man eben mal einen Eimer rüberholen. Aber ich gucke noch mal nach, ob ich jetzt wirklich zwei Teile Kokoserde und nur einen Teil Blähton verwendet hatte. Weil ich bin mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Und das alte Substrat wird jetzt mit dem neuen Substrat ja so durchgemischt werden. Das ist nämlich immer Quatsch, das alles gleich zu entsorgen, das Substrat. So, jetzt muss man hier mal ein bisschen anpassen, Schätzchen. So, die wollte ich hier ein bisschen anders sagen, die Wurzeln. Ich sortiere mir die jetzt so ein bisschen. So. Nee, aber die Schale ist okay. Doch, von der Proportion her gefällt es mir persönlich. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen dermaßen auseinander. Brauche ich jetzt mal eine Wurzelkralle. Brauche ich jetzt mal eine Wurzelkralle. Das wird jetzt auch hier wieder so eingearbeitet werden. Und ich halte mal die Hand ein bisschen anders. Immer darauf achten, dass ihr keine hohen Räume an den Pflanzen habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst können die sich nicht so gut entwickeln. Also mit der Schale gefällt mir meine Zypresse jetzt schon mal besser. Den Draht werde ich jetzt noch eine Weile dran lassen. Und was bei der auch so cool ist, ich hoffe, ihr könnt das erkennen so einigermaßen. Da ist Platz zwischen den zwei Hauptwurzeln. Hier ist eine ganz dicke Wurzel und da ist eine dicke Wurzel. Und irgendwann wird das noch ein bisschen mehr von mir freigelegt werden. Aber wir reden hier gerade über Jahre. Was ich jetzt noch machen muss, das ist mir gerade aufgefallen, als ich an ihrem Arbeiten war. Hier war irgendwo so ein komischer Stummel. Ich weiß nicht, warum ich den nicht entfernt hatte. Na, das waren da jetzt dran an meiner Konkavzange. So. Da das jetzt eine kleine Mini Wunde ist, werde ich da jetzt keine Wundasten drauf machen. Ja, sieht schon mal schöner aus. Angegossen hatte ich die kleine jetzt auch. Und dann ist jetzt mein Just for Fun Projekt dran. Mein Oleander. Du kommst mal da hin, jetzt nicht runterfallen. Der Oleander ist aber jetzt wirklich nur ein Just for Fun Projekt. Ich hatte überlegt, ob ich ihn in diese Plastikschale noch setze. Oder ob der auch eine Bonsaischale bekommen wird. Sehe auch hübscher aus. Also das macht schon was aus, wenn die dann in richtigen Bonsaischalen stehen. Aber der Oleander ist definitiv durchgewurzelt. Ja. Auch mal hier ein bisschen abschütteln. Hat auch eine Mischung aus Kokoserde und Blähton. Ach ja, und die haben alle drei den gleichen Universal Dünger bekommen. Ist alles genau der gleiche Dünger gewesen. Die einzigen Pflanzen, die ich zum Beispiel anders gedüngt habe, waren die Citruspflanzen. So, da ist jetzt aber kein Unkraut großartig mehr vorhanden. Jetzt werde ich mir auch hier bei dem mal die Wurzeln ein bisschen sortieren. Aber da muss man wirklich mal gucken, ob man den Oleander auf Dauer als Bonsai überhaupt heranziehen kann. Der hat auch ganz, ganz feine Wurzeln. Die Erde, die jetzt übrig bleibt, oder die wird jetzt einfach dann nachher im Garten entsorgt werden. Weil die ist jetzt so voll mit diesen kleinen, feinen Wurzeln. Die möchte ich jetzt nicht noch mal verwenden. So kommt die eben beiseite. Schuckel, schuckel. Aber die hat auch viele neue Wurzeln gebildet. Ja, ist ja schon mal was, ne? Doch, das sieht schöner aus. Der bekommt jetzt auch eine richtige Bonsai-Schale. Nachher wird er auch etwas geschnitten werden. Aber der Oleander ist leider giftig. Ihr solltet darauf achten, dass ihr diesen milchigen Saft, der dann nachher beim Schneiden austritt, nicht auf die Haut bekommt. Wenn das der Fall sein sollte, sofort am besten die Hände waschen. Weil der kann allergische Reaktionen hervorrufen. Muss er nicht, aber kann er. Und ich werde jetzt gleich aber einfach vorsichtig ohne Handschuhe schneiden. Aber hier muss echt noch ein bisschen Substrat rein. Bei den Wurzeln muss ich jetzt nichts abschneiden. Das ist alles soweit in Ordnung. Aber ich bin echt mal gespannt, wie der in ein paar Jahren aussieht. Der Oleander. Ja und der Oleander, der stammt auch von 2020. Aber ich glaube, auf Dauer gesehen wird das auch was werden mit ihm. Ich musste sowieso meine ganzen Oleander auch noch schneiden, jetzt nach dem Winter. Also die großen Oleander. Oder was heißt groß? So groß sind die jetzt auch noch nicht. Und im Sommer hatte ich das bei meinen Oleandern immer so gehandhabt. Hier waren Untersetzer drunter. Oder auch bei den großen Oleander. Und da hatte ich dann auch immer Wasser drin gelassen. Weil die sollten nicht vertrocknen, die Oleander. Im Süden, da stehen die normalerweise, oder ich sag es mal anders, an ihrem Naturstandort. Da sind die normalerweise an so Flussmündungen am wachsen. Also die haben schon hohen Wasserbedarf, die Oleander. Das sind richtige kleine Trinker. Dann schneiden wir die jetzt mal gleich. Dann wollen wir die jetzt mal ein bisschen schneiden. Ich werde immer oberhalb der Blätter schneiden. Und achte darauf, dass ich diesen milchigen Saft jetzt nicht an die Haut bekomme. Und ansonsten wasche ich mir halt sofort die Hände. Man kann den auch über das Schnittgut vermehren, den Oleander. Das könnte ich eigentlich nachher mal ausprobieren. So, dann nehmen wir hier noch was weg. Dadurch, dass er jetzt auch immer geschnitten wird, wird er halt nie blühen. Aber das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, den zum Blühen zu kriegen. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, so ein Spaßprojekt. Da schneide ich das hier komplett weg. Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie der mal werden soll, ehrlich gesagt. Das hier kann... Nehme ich das weg? Aber auf Dauer gesehen, möchte ich halt, ja, so in etwa den Aufbau mal haben. Auf Dauer gesehen, da rede ich jetzt auch wieder über Jahre. Ich glaube, mehr nehme ich jetzt gar nicht weg. Mal eben noch mal gucken. Ja, wobei, wenn das hier der höchste Punkt bleibt und... Ne, ne, ich lasse das jetzt erstmal so abwarten. Schneiden kann ich ja immer noch. Drahten kann man den jetzt eher schlecht, weil der eine sehr, sehr dünne Rinde hat. Ich muss jetzt selber nochmal überlegen, ob ich jetzt hier vielleicht doch ganz vorsichtig ein bisschen Draht dran mache oder den Spanne mit ein bisschen Schnur. Puh, ist jetzt gar nicht mal so ein einfacher Kandidat der Oleander. An dieser Stelle hatte ich jetzt doch noch etwas abgeschnitten. Leider hatte ich aber auch vergessen, meine Kamera einzuschalten. Mehr werde ich jetzt an dem Oleander nicht machen. Ach ja, und die Oleander, die könnt ihr auch mit kalkhaltigem Wasser gießen, beziehungsweise die bevorzugen sogar kalkhaltiges Wasser. Der Oleander und die Zypresse bleiben jetzt noch in meiner Werkstatt. Ich denke, so Mitte, Ende April kommen sie aber wieder nach draußen. Und die Zuckerhutfichte, die war das ganze Jahr über draußen. Die verwendeten Materialien trage ich alle in die Videobeschreibung ein. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye! Ach, und bei der Zypresse hatte ich eigentlich mal geplant, dass dieser Teil nach unten hinweg wächst. Aber im Laufe der Zeit habe ich mich dagegen entschieden. Und damals hatte ich auch als Substratmischung sogar zwei Teile Blähtun und einen Teil Kokoserde verwendet. Das ist aber jetzt umgekehrt zwei Teile Blumenerde und ein Teil Blähtun. Ich habe das Gefühl, das gefällt den Pflanzen so besser. So, jetzt bin ich aber weg. Okay. 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 Okay.